Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen die bekannten Arni-Schocki-Spezialitäten ein bisschen näher vorstellen. Eins der Geheimnisse der Arni-Konfiseure ist ja, die Schocki nach traditioneller Methode, aber auf modernsten Anlagen herzustellen. So kann die Coopi in Ihren Läden die grosse Auswahl von Arni-Schockinen immer in der gleichbleibenden guten Qualität anbieten. Und die Qualität fängt natürlich auch oder herst recht bei Schocki bei den Rohwaren an. Vor jeder Lieferung werden strenge und genaue Eingangskontrollen gemacht, wie hier zum Beispiel bei den Kackobohnen. Und da sehen wir, wie die Kackobohnen gereinigt, geröstet, gebrochen und gemahlen werden. Nach vielen weiteren Verredelungsprozessen kann dann die eigentliche Herstellung anfangen. Von der Arni-Milch-Schocki, den gefüllten Schockinen, von der Arni-Praline und allen anderen süssen Köstlichkeiten von Arni. Das neueste von Arni ist übrigens die Jubiläums-Schocki Arni Giandino mit Gianduia-Füllung und Krokant. Und was man bei Coop von Mona günstiger kann einkaufen, das sehen Sie jetzt gerade anschliessend. Bis am nächsten Dienststag gibt es bei Coop ein größer Vitamintrochenreis, statt 2,10 nur 1,60. Eine Holländer-Torte statt 3,90 nur 3 Franken. Eine Schwarzwälder-Roulade statt 3,90 nur 3 Franken. Und da der aktuelle Preisschlager. Der Duromatik-Dampfkochtopf mit selbstreinigendem Ventil für nur 89 Franken. Auf Wiedersehen.